die gravitationswellen im vakuum wir starten wieder mit den feldgleichungen und versuchen wellenförmige lösungen zu finden die feldgleichungen waren der ritchie tensor mit den zwei indizes minus 1,5 mal den krümmungsskalar mal den metrischen tensor beides zusammen hier ist der einstein tensor soll sein 8pi mal die gravitationskonstante durch die lichtgeschwindigkeit hoch 4 mal den energieimpulstensor und nun im vakuum vakuum soll heißen wir haben weder materie noch energie wobei man jetzt darüber diskutieren könnte was ist der unterschied und noch etwas feinsinniges wäre die frage was ist jetzt eigentlich mit gravitation ist das nicht auch energie ich schreibe mal dazu ohne gravitation die energie in der gravitation ist noch ein ganz kompliziertes kapitel vakuum heißt für uns hier auf jeden fall auf der rechten seite der feldgleichungen steht null der energieimpulstensor ist null jetzt nervt dass hier auf der linken seite der ritchie tensor und der krümmungsskalar stehen der standard trick der schon mal vorkam ist dass man etwas mit der spur rumbastelt ich nehme den ausdruck der hier auf der linken seite von der null steht mit den indizes und jetzt ziehe ich folgendes ab 1 halb mal von diesem ausdruck dem einstein tensor eigentlich die spur alphabeta oben metrischer tensor alphabeta mal ich brauche wieder mü nü als indizes wenn ich das bilder der blaue kringel soll null sein ich ziehe blaue kringel spur und so weiter ab dann bleibt das natürlich null also aus der gleichung die wir hatten folgt diese gleichung und jetzt sieht man das lustigerweise gleich der krümmungsskalar rausfliegt hier vorne steht der einstein tensor in originalform ritchie minus ein halb krümmungsskalar inverser metrischer tensor und diesen teil buchstabiere ich jetzt mal aus wir fangen an mit ritchie davon die spur gebildet das ist der krümmungsskalar mal inverser metrischer tensor minus und jetzt kommt ein halb mal krümmungsskalar jetzt bilde ich g alphabeta oben mal g alphabeta unten und gmini städte auch noch hier steht der metrische tensor mal der inverse metrische tensor das gibt chronica delta aber dann bleibt noch ein index über alpha alpha und das ist schlicht und ergreifend 4 chronica delta ist die einheitsmatrix sonst null davon die spur wo wunder ist 4 und jetzt steht hier auf der linken seite der ritchie tensor minus ein halb krümmungsskalar inverser metrischer tensor minus ein halb krümmungsskalar inverser metrischer tensor minus ein halb mal 4 plus einmal krümmungsskalar inverser metrischer tensor das hebt sich weg auf der linken seite steht einfach nur noch der ritchie tensor und wir lernen jetzt der ritchie tensor ist null der ritchie tensor ist null im vakuum das nennt sich dann auch ritchie flach das heißt nicht dass es keine krümmung geben darf sonst hätten wir auch keine gravitationswellen der krümmungstensor als solcher der mit den vier indizes der muss nicht null sein der ritchie tensor der muss null sein und netterweise ist das hier äquivalent zu den ursprünglichen feldgleichungen im vakuum wenn ich weiß dass der ritchie tensor null ist dann ist auch der krümmungsskalar null also steht bei diesem blauen ausdruck hier dem einstein tensor einfach null also aus dieser gleichung folgt dann rückwärts auch wieder die ausgangsgleichung die feldgleichungen wir arbeiten also mit dieser bedingung hier die ist äquivalent zu unseren feldgleichungen die frage ist jetzt also was kann in einem gebiet der raumzeit passieren das ritchie flach ist hoffentlich irgendeine art von bellen um das einfacher behandeln zu können als das üblicherweise literatur gemacht wird vereinfache ich das ganze noch nämlich ein gebiet soll es sein dass am anfang gar nicht gekrümmt ist dass am anfang wirklich flach ist zu sagen am anfang ist in der raumzeit natürlich eine heikle geschichte ich setze es mal in anführungszeichen gleich wird klar was gemeint ist und jetzt kommt die übliche folge von schritten mit denen man probleme in der allgemeinen relativitätstheorie angeht mein vorgehen ist so erstens wähle ich ein geeignetes koordinatensystem zweitens schreibe ich den metrischen tensor in diesen koordinaten hin g mit zwei indizes unten drittens bestimme ich den inversen metrischen tensor der kommt ja an diversen stellen vor also g mit zwei indizes oben damit bestimme ich die christoffel symbole aus denen kann ich den krümmungstensor bestimmen also er mit vier indizes und aus dem krümmungstensor kann ich den ritchie tensor bestimmen er mit zwei indizes das gleich bequem die indizes unten zu haben und zu guter letzt wenn ich den ritchie tensor habe kann ich in null setzen stichwort ritchie flach und gucken was passiert ich löse die feldgleichungen im vakuum der ritchie tensor soll null sein zumindest in unserem gebiet der raumzeit los geht es mit einem geeigneten koordinatensystem ich nehme ein gitter aus uhren die alle frei fallen oder frei schweben im sinne von testpartikeln die sollen die raumzeit nicht stören die sollen so wenig materie und energie haben dass wir sie ignorieren können das gucken wir uns zunächst ohne krümmung an es soll ja zunächst der raum umgekrümmt sein habe ich gesagt meine uhren sollen also sozusagen einen kristall bilden einen riesengroßen kristall die vorderste lage an uhren dahinter wird es noch eine lage an uhren geben dahinter noch eine lage an uhren und so weiter in die tiefe hinein damit es schön einfach wird sollen alle uhren auf dem raster ein meter mal ein meter mal ein meter sitzen das heißt von dieser uhr zur nächsten habe ich ein meter und so weiter nach hinten von dieser uhr zu der ein meter und so weiter und nach oben von dieser uhr zu der ein meter und so weiter wie gesagt zunächst ohne krümmung das werde ich hinbekommen mit diesen uhren definiere ich natürlich auch ein bezugssystem ein system das ich als ruhend ansehe andere leute die im universum fliegen vielleicht nicht damit werde ich diese uhren aber auch synchronisieren können innerhalb von meinem system in dem sie ruhen und was ich noch mache ich pinsel auf jede uhr die koordinaten drauf die nimmt ihre koordinaten also mit wenn wir später wellen durch dieses gebiet schicken auf der uhr hier unten steht dann vielleicht eben 0 0 0 und auf der uhr rechts davon steht 1 0 0 auf der nächsten steht 2 0 0 auf der dahinter steht 0 1 0 auf der da drüber steht 0 0 1 und so weiter fest drauf gepinselt die uhren fallen frei oder schweben frei und sie nehmen ihre koordinaten mit und wenn ich von irgendeinem ereignis sagen wir hier passiert irgendwann irgendwas die koordinaten haben will gucke ich mir einfach die nächstliegenden uhren an deren raum koordinaten die darauf gepinselt sind interpoliere die und deren zeiten und interpoliere die so kriege ich für jedes ereignis in diesem gebiet raum zeit koordinaten xµ einfach als die zeit die sich durch mittelung ergibt und das mittel von den raum koordinaten die auf die uhren gepinselt sind ich schreibe das mal wieder so in meiner privaten notation also ich nehme t x y z zu dem index µ wenn µ gleich 0 ist nämlich t wenn µ gleich 1 ist nämlich x und so weiter so sollen meine koordinaten sein ohne krümmung in dieser situation ist der metrische tensor und sein inverses natürlich banal der metrische tensor muss man sich auf einen standard einigen ich hatte ja immer den hier dass ich c² – 1 – 1 – 1 nehme sonst 0 natürlich in µ und µ und µ und das inverse davon elementare mathematik eine diagonal matrix invertieren ist natürlich 1 durch c² – 1 – 1 – 1 – 1 diese beiden brauchen wir später nochmal den gebe ich schon mal namen dann eta µ unten und eta µ oben das ist schlicht und ergreifend die minkowski-metrik ich wollte dass dieses raumzeitgebiet zunächst nicht gekrümmt ist jetzt kann ich sagen was ich damit meine nämlich dass der metrische tensor für t kleiner gleich 0 so sein soll und sein inverses dann so sein soll nach dem zeitpunkt t gleich 0 möchte ich erlauben dass dieses raumzeitgebiet nicht mehr flach ist aber weiterhin diese koordinaten verwenden die uhren fallen frei sie nehmen ihre koordinaten mit und es gilt die zeit der uhr ich schreibe sicherheitshalber nochmal hin für t kleiner gleich 0 soll unser raumzeitgebiet nicht gekrümmt sein und diese koordinaten haben für t größer 0 darf es gekrümmt sein muss aber richtig flach bleiben das waren ja die feldgleichungen fürs vakuum und ich setze diese koordinaten fort rechne weiterhin mit interpolation zwischen meinen uhren damit das funktioniert dürfen die störungen natürlich nicht zu massiv sein die dann auftreten vorsicht wenn die störungen im rahmen bleiben dann kann ich mit interpolation arbeiten da weiß ich noch wenn meine nächsten nachbarn sind und werde was sinnvolles rausbekommen das haut hin wenn störungen aber zu heftig sind dass uhren sozusagen quer durch den garten fliegen dann wird das zusammenbrechen was mache ich jetzt mit einem ereignis hier was sind die nächsten nachbarn das ist aber bei den gravitationswellen bei besten willen nicht das problem die störungen die man beobachtet sind winzig beim ersten nachweis von gravitationswellen mit dem leigo experiment 2016 war der faktor der längenänderung zehn hoch minus ein zwanzig hier habe ich eine längenänderung vielleicht ungefähr um faktor eins die längenänderung um faktor zehn hoch minus ein zwanzig ist super super winzig ich werde wunderschön meine koordinaten zusammen interpolieren können das waren die koordinaten jetzt geht's zum metrischen tensor die tkoordinate soll die eigenzeit der uhren sein das heißt oben links im metrischen tensor g00 da muss c² stehen ich kann hier ein bisschen warten ein zeitintervall delta t warten an derselben stelle metrischer tensor zeitintervall warten an derselben stelle das pickt mir genau den eintrag links oben raus die bewegung einer von diesen uhren wenn man sie dann heraus greift wird sein xµ zur zeit t das ist die zeit die die uhr selbst anzeigt ist naja diese zeit t zeigt sie an und sie sitzt an einer festen stelle die feste stelle habe ich nämlich drauf gepinselt also eine konstante x koordinate eine konstante y koordinate eine konstante z koordinate damit ist die ableitung nach der zeit banal wird 1000 diese uhren sollen aber frei fallen das heißt diese bewegung ist eine zeitartige geodäte nach der eigenzeit parametrisiert sogar dafür haben wir jetzt aber die geodäten gleichung die zweite ableitung nach diesem parameter jeder eigenzeit ist minus christoffel mal die erste ableitung mal die erste ableitung also dx oben lambda nach dt dx oben nü nach dt die zweite ableitung nach t 1000 nochmal nach t ableiten ist aber grundsätzlich 0 die erste ableitung ist nur da spannend wo der index gleich 0 ist mich interessiert also nur lambda gleich 0 nü gleich 0 das ist alles was auf der rechten seite übrig bleibt hier steht auf der rechten seite minus christoffel oben nü unten 0 0 durch die wahl meines koordinatensystems kriege ich also geschenkt dass vier von den christoffel symbolen gleich 0 sind und das wirkt auf den metrischen tensor zurück ich kann die christoffel symbol ja mit dem metrischen tensor schreiben 0 ist also christoffel oben nü unten 0 0 und was ist christoffel oben nü unten 0 0 ein halb mal der inverse metrischen tensor mit dem mü oben und einem weiteren index nenne ich ihn alpha jetzt kommt der metrische tensor alpha so und so viel irgendwo nach abgeleitet plus g irgendwas alpha irgendwo nach abgeleitet minus g irgendwas irgendwas nach alpha abgeleitet und ich brauche noch die beiden indices unten alpha 0 nach null ableiten 0 alpha nach null ableiten und hier bleibt 0 0 stehen das ist jetzt einfach ausbuchstabiert was das christoffel symbol ist der metrische tensor ist symmetrisch alpha 0 0 alpha macht keinen unterschied das heißt die ersten beiden sind gleich g 0 0 wissen wir schon ist einfach c quadrat das kann ich nach irgendwas ableiten und es kommt grundsätzlich 0 raus der inversemetrische tensor steht hier noch mit einem freien mü der inversemetrische tensor ist invertierbar der ist ja das inverse eines tensors also selbst invertierbar und das heißt was hier hinten in den klammern steht muss null sein aber da steht nicht mehr viel in den klammern wir lernen also die ableitung von g alpha 0 nach der zeit ist null g alpha 0 ändert sich nicht mit der zeit auch nachdem wir die krümmung erlauben es bleibt eine konstante für g 0 0 wissen wir da schon das ist einfach c quadrat gerade mal nebenbei warum ist das so wie kann man sich das vorstellen ich zeichne mal nur eine raumachse wir wissen dass wenn wir bei konstantem x bleiben dass wir dann eine geodäte haben die uhren sollen ja frei fallen diese bewegung wäre also eine geodätische wenn ich eine leicht abgefälschte bewegung nehme dann darf sich die eigenzeit praktisch nicht ändern zumindest nicht in erster ordnung ändern das ist ja die definition der geodätischen wenn ich eine bewegung nehme die ganz dicht bei der geodätischen ist dann ist die abweichung in der eigenzeit zweiter ordnung aber nicht erster ordnung ich nehme mal diese abweichende kurve die muss in erster ordnung dieselbe eigenzeit haben schauen wir mal ein paar einheiten dran ich möchte delta x rausgehen in der raumkoordinate dies soll delta t sein das intervall und das intervall hier oben soll auch delta t sein und dann muss die eigenzeit entlang der magentafarbenen kurve bis auf abweichung in zweiter ordnung gleich der eigenzeit der grünen geodätischen sein also 2 delta t jetzt können wir die eigenzeit hinschreiben wir haben zwei stücke ich schreibe mal lichtgeschwindigkeit mal die eigenzeit dann habe ich die lichtgeschwindigkeit nicht so häufig im nennen wir kriegen zwei anteile eine wurzel plus noch eine wurzel für diese beiden stückchen jeweils berechnen ich c quadrat mal eigenzeit ins quadrat mit dem metrischen tensor das wird ja sowas wie delta t delta x drei einträge mal metrischer tensor mal delta t delta x drei einträge wir kriegen erstmal links oben c quadrat delta t quadrat kein wunder dann bekommen wir einen gemischten term delta t links delta x rechts oder delta x links delta t rechts das gibt es zweimal ich schreibe mal jetzt eine summe über drei raumkomponenten hin k gleich 1 bis 3 delta t mal metrischen tensor 0 k die einträge 1 2 3 aus der oberen zeile mal delta x k und dann bekommen wir noch delta x metrischen tensor delta x das ist aber zweite ordnung in delta x das haben wir für den unteren teil für den oberen teil geht delta x in die gegenrichtung das heißt da steht ein minus und so weiter und so weiter also beim ersten teil das plus und beim zweiten teil ein minus die nebenrechnung brauchen wir nicht mehr mit dem metrischen tensor muss ich etwas vorsichtig sein der ist zwar am selben ort genommen aber nicht zur selben zeit genommen ich mache das mal ganz händewedelnd der erste teil ist 1 der zweite teil ist 2 ich rechne den metrischen tensor einmal aus für die frühere zeit und dann beim zweiten teil rechne ich ihn für die spätere zeit aus einmal haben wir ein plus einmal haben wir ein minus und hier sollte ich noch die wurzel drüber ziehen und jetzt kann man sich angucken was man in lineare ernährung bekommt wir kriegen c quadrat delta t quadrat wurzel draus macht c delta t mal 2 okay und der lineare term kommt aus dieser summe ableitung der wurzel mal diese summe und hier unten ableitung der wurzel mal minus diese summe an der anderen stelle und wups haben wir da die zeit ableitung dem metrischen tensor an der stelle 2 mit einem minus dem metrischen tensor an der stelle 1 mit einem plus da steht die zeit ableitung drin diese bedingung kommt eigentlich ganz direkt aus der geodätischen sieht man damit ende des einschubs aber wir wissen ja sogar noch mehr wir können diese konstanten angeben denn wir wissen was der metrischen tensor für zeiten bis 0 ist wenn alpha gleich 0 ist steht hier c quadrat wenn alpha 1 2 3 ist steht einfach 0 wir haben den metrischen tensor c quadrat 0 0 0 für zeiten bis 0 also für alle t bis 0 wissen wir dass g1 0 gleich g2 0 gleich g3 0 gleich 0 ist und das muss jetzt weiter gelten auch wenn krümmung erlaubt wird für positive zeiten müssen weiterhin diese einträge und ebenso 0 1 0 2 0 3 gleich 0 sein das gilt also für alle zeiten mit anderen worten der metrische tensor ist für alle zeiten von der form c quadrat nullen nach rechts nullen nach unten und es sind neun einträge die reinräumlichen einträge die wir jetzt noch nicht kennen das schöne an diesen nullen ist daß die längenmessung deutlich einfacher wird man mußt sich lange darüber diskutieren wie die längenmessung funktioniert die längenmessung mit radar ich will sagen mit der laufzeitmessung von elektromagnetischen wellen die man hin und her schickt die liefert dasselbe ergebnis wie die längenmessung mit einem lineal bei dem man die zeit in unseren koordinaten synchronisiert ich sollte sicherheitshalber dazu schreiben meine längenmessung lokal nicht quer durchs universum dazu kann man noch ein bildchen wie das eben aufmalen jetzt aber mit licht ich möchte per radar bestimmen wie weit die nächste uhr entfernt ist dazu sende ich ein lichtsignal zu der und die reflektiert das lichtsignal und ich messe dann die laufzeit von dem lichtsignal sicherheitshalber schreibe ich nochmal dran licht in dem bild eben ging es nicht um licht sondern um eine kleine störung der geodäten das licht kommt nach einer zeit delta t1 an der uhr rechts an und kommt dann nach einer weiteren zeit delta t2 links wieder an an der uhr an der es gestartet ist natürlich sind diese beiden seiten gleich offensichtlich das können wir nochmal hinschreiben das ist nämlich jetzt eine folge von diesem schönen metrischen tensor gucken wir uns den unteren an diese rote bahn soll die von licht sein das heißt mit dem metrischen tensor bekomme ich folgendes wenn ich delta t1 delta x drei komponenten nehme mal den metrischen tensor delta t1 delta x dann bekomme ich 0 raus ich habe also 0 ist delta t1 mal c² links oben der eintrag mal delta t1 wir sagen hier steht c² delta t1² plus und stehen hier und hier aber Nullen dankenswerterweise im metrischen tensor wie wir gerade festgestellt haben das heißt dieser Raumanteil delta x der spielt mit sich alleine hier steht die summe k gleich 1 bis 3 die summe l gleich 1 bis 3 delta x k von links dann g k l im metrischen tensor und delta x l rechts dieser ausdruck muss 0 sein weil das licht ist und damit können wir jetzt etwas über delta x sagen und über delta t1 sagen nämlich das delta t1 das ist ja offensichtlich positiv folgendes sein muss 1 durch c mal plus die wurzel ich minus die wurzel und minus dem ausdruck hier minus summe summe k l delta x k g k l delta x l für den weg zurück gilt das natürlich entsprechend da bekomme ich das delta t2 gleich 1 durch c wurzel dasselbe ist das delta x bekommt ein negatives vorzeichen das licht fliegt zurück minus mal minus es steht dasselbe unter der wurzel diese beiden delta t's sind also überraschung gleich zumindest in unterster ordnung wenn man genauer hinguckt und sagt das ist Teil 1 das ist Teil 2 steht hier der metrische tensor zum zeitpunkt 1 und hier steht der metrische tensor zum zeitpunkt 2 ich kriege also noch eine abweichung von der ordnung delta t rein die länge die ich per radar bestimme der abstand zwischen der uhr links und der uhr rechts ist die lichtgeschwindigkeit mal die laufzeit delta t1 plus delta t2 und davon die hälfte weil das licht ja hin und her geht und dafür bekomme ich raus c 1 durch c hebt sich weg beide sind in niedrigster ordnung gleich delta t1 und delta t2 dafür bekomme ich raus das ist minus summe k summe l vielleicht schreibe ich nochmal dran von 1 bis 3 jemals die räumlichen anteile delta xk gkl delta xl plus terme höhere ordnung zum beispiel mit der zeitableitung drin aber was hier steht ist was ich mit dem lineal bei konstanter zeit messe diese art die länge zu messen wir wissen also nun dass die metrik recht simpel ist und deshalb wird man den metrischen tensor jetzt aufspalten man zerlegt ihn in minkowski dem aus der speziellen relativitätstheorie plus eine störung und von der störung wissen wir dass sie in der obersten zeile und in der linken spalte lauter nullen stehen hat das haben wir inzwischen herausgefunden es bleiben die reinräumlichen anteile obendrein ist der metrische tensor auch noch symmetrisch der minkowski tensor hat man schon benannt eta menu ist natürlich auch symmetrisch dann muss auch diese störung hier symmetrisch sein die nennt man typischerweise h das heißt es sind gar nicht neun zahlen die ich nicht kenne an jedem punkt der raumzeit sondern es sind nur noch sechs zahlen die diagonale und die über der diagonal zum beispiel und dann ist klar was unter der diagonal stehen muss wegen der symmetrie es geht also um sechs zahlen an jedem punkt der raumzeit und man betrachtet zunächst zumindest nur den fall in dem diese störung wirklich eine störung ist das heißt diese einträge hier sollen alle im betrag deutlich kleiner sein als 1 für alle zeiten sollen diese einträge im betrag deutlich kleiner sein als 1 und außerdem sollen sie gleich 0 sein für alle zeiten bis 0 da wollten wir ja einfach den minkowski tensor als metrischen tensor haben diese aufspaltung kann man noch ein bisschen anschaulicher machen für unsere fliegenden schwebenden uhren die symmetrik fühlt sich nämlich bis auf zweite ordnung an wie die folgende situation wir nehmen unsere schwebenden uhren das raster aus frei fallenden uhren und setzen das in kathesische koordinaten die nicht 1 0 0 0 1 0 und so weiter sind sondern folgendes das raster bilde ich so dass ein schritt nach rechts der vektor e1 ist und der soll folgendes sein 1 0 0 nicht ganz 1 minus 1 halb h 1 1 in der y koordinate steht minus 1 halb h 2 1 und unten beim z steht minus 1 halb h 3 1 eben hatten wir in metern gerechnet zu beginn deshalb schreibe ich auch mal meter dahinter also nicht 1 0 0 meter für diesen vektor sondern das h spielt da mit rein und entsprechend in die anderen richtungen nach hinten e2 habe ich nicht mehr 0 1 0 sondern es steht noch dabei minus 1 halb h 1 2 minus 1 halb h 2 2 minus 1 halb h 3 2 meter und in die richtung aufwärts klar e3 0 0 1 steht da mehr oder minder aber jetzt mit 1 halb h jeweils verziert h 1 3 h 2 3 h 3 3 meter meine behauptung ist dass sich die metrik so anfühlt als ob die uhren an diesen plätzen in kathesischen koordinaten sitzen das können wir gerade mal nachrechnen denn wenn ich jetzt zwei von diesen vektoren multipliziere ii skalarprodukt mit ej durch quadratmeter damit die einheit da weg ist bekomme ich folgendes ich summiere über xyz schaue ich mal k gleich 1 bis 3 zwei faktoren ei hat kronecker delta drinnen und minus 1 halb h drinnen kronecker delta minus 1 halb h jetzt muss man mit den indizes basteln ich brauche auf jeden fall immer ein k ei hat delta ik dabei oder delta ki ist der symmetrisch und bei dem h kriegen wir h ki 1 2 3 ist das k i ist gleich 2 i ist gleich 2 i ist gleich 2 das ist ei ej entsprechend delta k j minus 1 halb h k j j statt i und wenn ich das ausrechne delta ki delta k j über k summiert dann bleibt ein delta über nämlich delta i j minus jetzt delta ki mal minus 1 halb h k j über k summiert es bleibt das i als k über minus 1 halb h i j und nun minus 1 halb h k j mal delta k j k k jetzt summiert es bleibt h j i stehen minus 1 halb h j i und dann kriegen wir noch h mal h also ordnung von h quadrat die wir ignorieren und da steht hier einheitsmatrix minus h und genau das stand im metrischen tensor mit einem minuszeichen die einheitsmatrix mit einem minuszeichen plus h hier haben wir also das ist minus die raum raumkomponenten vom metrischen tensor plus etwas in zweiter ordnung also aus dieser störung h können wir direkt ablesen wie sich der raum verformt sozusagen zu verformen scheint wenn wir kathesische koordinaten hätten spannend ist auch noch das volumen einer gitterzelle das kommt gleich auch noch vor an zentraler stelle wie groß ist dieses volumen einer gitterzelle das nenne ich mal v dieses volumen in kubikmetern ist ist wichtig ist hier der x eintrag bei dem vektor in x richtung der y eintrag bei dem vektor in y richtung der z eintrag bei dem vektor in z richtung wenn ich diese uhr ein bisschen nach hinten oder nach oben verfrachte dann ändert sich das volumen nicht in den untersten ordnungen es wird nur geschert entsprechend bei den anderen in den untersten ordnungen bekomme ich einfach das ist das produkt eins minus ein halb h eins eins mal eins eins minus ein halb h zwei zwei mal eins minus ein halb h drei drei und wenn man es genau haben will plus etwas zweiter ordnung in h könnte auch einfach das spart produkt von diesen drei vektoren bilden dann sieht man okay es gibt diesen ausdruck als ersten und noch weitere in den mindestens h quadrat steht Aber wenn ich das jetzt ausrufstabiere, steht da 1 mal 1 mal 1 minus 1 halb H11 mal 1 mal 1 plus 1 mal minus 1 halb H22 mal 1 plus 1 mal 1 mal minus 1 halb H33 und Terme mit H². Also hier steht minus 1 halb mal die Summe von den Hs. Hier erkennt man plötzlich die Spur von der Störung H11, H22, H33 plus Terme der zweiten Ordnung. Da hinten haben wir sowieso welche von zweiter Ordnung. Die können wir zusammenfassen. Plus O von H². Das Volumen von dieser Gitterzelle wird also mit der Spur von diesem H gestört mal minus 1 halb. So, das war der längste Schritt und jetzt geht es ganz laut weiter. Schritt 3. Wir bestimmen den inversenmetrischen Tensor. Wenn ich den inversenmetrischen Tensor multipliziere mit dem üblichen metrischen Tensor, dann soll Kroniker Delta rauskommen. Das ist die Definition vom Inversen. Den metrischen Tensor habe ich aber schon zerlegt. Das ist Minkowski plus H, die Störung. Und jetzt hoffe ich natürlich, den inversenmetrischen Tensor entsprechend zerlegen zu können. Ich glaube, ich verrate nichts Überraschendes. Der wird ein minus H bekommen. Aber gucken wir uns an, wie man das begründen kann. Jetzt multipliziere ich auf beiden Seiten mit dem inversen Minkowski. Hier ausbuchstabiert, Eta Alpha Nü plus H Alpha Nü. Nun das Inverse vom Minkowski. Eta Nü Beta. Wenn man dieses Nü kontrahiert ist. Delta, Mü Nü und dann nochmal Eta Nü Beta. Delta, Delta mal ein Tensor, dann fliegt hier einfach das Nü raus und ich kriege Nü, Mü Beta. Und wenn ich hier auf der linken Seite ausmultipliziere, Eta Indizes unten, Eta Indizes oben, das wird Delta werden. Die soll da invers zueinander sein. Eta unten, Eta oben. Plus, das hier bleibt übrig, H, A, Nü unten, Eta, Eta oben. Wir lernen G mal Delta. Links bleibt G, Mü, Beta. Den zweiten Term mit H nehme ich auf die rechte Seite. Rechts haben wir sowieso schon Eta, Mü, Beta. Und jetzt das H rübergebracht mit einem Minus. Also G, Mü, Alpha, H, Alpha und so weiter. H, Alpha, Nü, Eta, Nü, Beta. Hier steht jetzt schon mal eine Gleichung für den inversenmetrischen Tensor. Und geschickterweise kommt er noch mal vor. Jetzt sehe ich mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Der inversenmetrische Tensor ist also das Inverse von Minkowski plus etwas von Ordnung H. Ich möchte aber bis Ordnung H². Das setze ich jetzt noch mal ein in dieselbe Gleichung. Diesen Ausdruck, den setze ich jetzt in dieselbe Gleichung noch mal ein. Der inversenmetrische Tensor ist also der Inverse Minkowski mit Mü, Alpha, plus etwas von der Ordnung H. Damit habe ich insgesamt für den inversenmetrischen Tensor, das ist der Inverse Minkowski, Mü, Beta, minus Minkowski, Mü, Alpha, H, Alpha, Nü, Eta, Nü, Beta, plus Ordnung von H mal H mal irgendwas. Also Ordnung von H². Jetzt ist es genau genug. Und, Überraschung, der inversenmetrische Tensor ist also der Inverse Minkowski minus H. Aber ich muss ja die Indizes von dem H nach oben bringen. Und die Indizes bringe ich nach oben, indem ich den Minkowski verwende. Damit können wir uns jetzt an die Christoffelsymbole wagen. Das Christoffelsymbol Lambda oben, Mü, Nü unten ist ein Halb. G. Inversenmetrischer Tensor. Lambda oben. Ich brauche einen weiteren Index. Drei Anteile. Plus, Plus, Minus. Alpha steht erst vorne. Muss abgeleitet werden. Dann steht Alpha an zweiter Stelle. Muss abgeleitet werden. Und dann steht Alpha hinten bei der Ableitung. Und wir haben noch Mü, Nü. Nü, Mü. Mü, Nü, Mü, Nü. Das sind die Christoffelsymbole. Der metrische Tensor war Minkowski plus H. Ich leite ab. Wenn ich den Minkowski ableite, kommt Null raus. Das heißt, hier kann ich überall einfach H hinschreiben. Nur die Störung überlebt diese Ableitung. Hier vorne der inverse metrische Tensor war der inverse Minkowski plus etwas von Ordnung H. Damit kriegen wir jetzt für die Christoffelsymbole. Das ist ein Halb. Inverser Minkowski. H Alpha, Nü nach Mü. Plus H Mü Alpha nach Nü. Minus H. Mü Nü nach Alpha. Und Ordnung von H mal H. Also plus Ordnung H Quadrat. Es geht ganz schnell weiter mit dem Krümmungstensor. Also R mit vier Indizes. R oben Alpha. Unten Beta Lambda Mü. War Christoffel oben Alpha. Mü Beta nach Lambda. Also Christoffel abgeleitet. Minus ein Produkt von Christoffelsymbole. Alpha Mü. Ein neuer Index Gamma. Hier oben auch ein Gamma. Lambda Beta. Minus diesen ganzen Sermon. Aber Lambda gegen Mü ausgetauscht. So ging der Krümmungstensor. Und jetzt wird es lustig, weil in den Christoffelsymbole steckt Ordnung H drin. Mal Ordnung H. Hier habe ich sofort Ordnung H Quadrat. Und kann das Produkt vergessen. Es bleibt. Das einfache Christoffelsymbole abgeleitet. Und dann noch Lambda gegen Mü ausgetauscht. Abgezogen. Das Christoffelsymbole ableiten. Jetzt müssen wir mit den Indizes vorsichtig sein. Ein halb Eta. H irgendwie ableiten. Plus H irgendwie ableiten. Minus H irgendwie ableiten. Oben steht ein Alpha. Also da ein Alpha. Damit brauche ich einen anderen Index da. Statt des Alpha. Über den Gamma. Hier steht dann also Gamma vorne. Gamma vor dem Komma. Gamma hinter dem Komma. Mü bleibt Mü. Wie in meiner Formel. Also Komma Mü. Mü vorne. Mü vorne. Die Rolle des Nü wird jetzt durch das Beta gespielt. Also da kommt ein Beta. Hin dahin ein Beta. Dahin ein Beta. Dahin ein Beta. Hier nach Beta ableiten. Und dahin ein Beta. Und jetzt muss ich alles noch nach Lambda ableiten. Hinter dem Komma folgt also noch ein Lambda. So. Das war der erste Teil. Und jetzt Minus. Lambda gegen Mü vertauschen. Minus ein halb Eta Alpha Gamma. Lambda gegen Mü vertauschen. Gamma Beta bleibt. Aber hier. Na ja. Ist bei den Ableitungen auch egal. Lambda Mü. Aber ich schreibe es trotzdem mal so hin. Plus Lambda gegen Mü. Tauschen. H Lambda Gamma Beta Mü. Minus Lambda gegen Mü. Also H Lambda Beta Gamma Mü. Ein halb Bla minus ein halb Bla. Die Reihenfolge der Ableitungen. Das sind ja normale partielle Ableitungen. Keine Kovarianten Ableitungen. Die Reihenfolge der Ableitungen ist egal. Die ersten beiden nehmen sich weg. Und damit bleibt. Ein halb Eta Alpha Gamma. Dieser. H Mü Gamma abgeleitet nach Beta Lambda. Minus H Mü Beta abgeleitet nach Gamma Lambda. Minus H Lambda Gamma abgeleitet nach Beta Mü. Minus Minus. Plus H Lambda Beta abgeleitet. Das ist unser Krümmungstensor. Plus Ordnung von H Quadrat. Ups. Die habe ich ja auch vergessen. Ordnung von H Quadrat. Unsere Christoffelsymbole waren ja auch nur bis zur Ordnung von H Quadrat. Und hier hatten wir auch Ordnung von H Quadrat drin. Aus dem Krümmungstensor kriege ich jetzt sofort den Ritchie-Tensor. Teil 6. Bestimme den Ritchie-Tensor. Der Ritchie-Tensor mit Indizes unten. Beta Mü ist Krümmungstensor kontrahiert. Alpha oben, Alpha unten, Beta Mü. Wir haben eine Formel für den Krümmungstensor. Ein Halb. Jetzt muss ich eigentlich überall nur Lambda durch Alpha ersetzen. Ein Halb. Eta Alpha Gamma, Mü Gamma, Beta Alpha minus H Mü Beta Gamma Alpha minus. Das Alpha steht jetzt vorne. H Alpha Gamma, Beta Mü plus. H Alpha, Beta Gamma, Mü plus. Terme zweiter Ordnung. Mit dem Ritchie-Tensor können wir nun endlich die Feldgleichungen im Vakuum hinschreiben. Siebter und letzter Schritt. Die versuchen wir dann zu lösen. Der Ritchie-Tensor soll Null sein. Ich will sagen, Inverser mit Kowski mal die Klammer muss von zweiter Ordnung in H sein. Eta oben, Alpha Gamma, H Mü Gamma, Beta Alpha minus H Mü Beta Gamma Alpha minus H Alpha Gamma Beta Mü, griechischer Buchstabensalat, plus H Alpha Beta Gamma Mü. Das muss von zweiter Ordnung in H sein. Das sind die Feldgleichungen. Wir haben zwei Freie-Indizes, Mü und Beta, und die buchstabieren wir nun durch. Erstmal beide als Zeitkoordinaten. Mü ist Null und Beta ist Null. Ich habe mir die Gleichung einfach mal kopiert und setze jetzt Beta und Mü gleich Null. Mü ist Null, Beta ist Null, Mü ist Null, Beta ist Null, Beta ist Null, Mü ist Null, Beta ist Null, Mü ist Null, Mü ist Null. Jetzt wissen wir aber schon, dass die Null irgendwas Einträge von H Null. Und dann leite ich sogar noch mal weiter ab. Hier hinten passiert das Entsprechende. Ich habe einen irgendwas Null Eintrag, leite ihn nach X Gamma und dann nach der Zeit ab. Hier hinten kommt Null raus. H Null, Null, wieder Null. Es bleibt also nur einer der Summanden stehen. Und wir finden in Kowski Invers, oben Alpha Gamma. Hier steht jetzt abgeleitet nach T und nochmal nach T mal die zweite Ableitung also von H Alpha Gamma. Gamma ist zweite Ordnung in H. Der Inverse Minkowski ist eine Konstante. Den kann ich mit in die Ableitung ziehen. Dann haben wir da, das ist die zweite Ableitung nach der Zeit von H Alpha Gamma H Alpha Gamma. Jetzt wissen wir aber, dass das, was hier abgeleitet wird, für Zeiten bis Null gleich Null ist. H ist Null bis zum Zeitpunkt Null. Aber wenn die zweite Ableitung immer von der Ordnung H Quadrat ist, kann diese Größe hier nicht entweichen. Die muss auch ständig von der Ordnung H Quadrat bleiben. Also der Inverse Minkowski, komplett kontrahiert hier mit der Störung H, ist von der Ordnung H Quadrat für alle Zeiten. Und was hier jetzt steht, der Inverse Minkowski ist ja minus 1 durch c Quadrat, minus 1, minus 1, minus 1 und sonst Nullen. H 0, 0 ist 0, das heißt der Eintrag links oben trägt nichts bei. Ich bekomme hier einfach 0 für den Eintrag links oben, minus H1, 1, minus H2, 2, minus H3, 3 raus. Also etwas wie die Spur von dieser Matrix H. Und wir wissen schon, was diese Spur zu bedeuten hat. Die hatte was mit der Volumenänderung der Gitterzelle zu tun. Wir lernen also, dass die Volumenänderung der Gitterzelle praktisch 0 ist. Sie ist von der Ordnung H Quadrat. Das Volumen muss zumindest in lineare Ernährung erhalten sein. Ich habe hier nur vorwärts gefolgert. Aus dem 0, 0 Eintrag der Feldgleichungen folgt, folgt, folgt und so weiter. Wenn ich natürlich diese Eigenschaft habe, dann kann ich auch zurück wieder nach oben folgern. Das heißt, ich habe keine Information verloren aus meiner Feldgleichung. Das war der Eintrag 0, 0 in die Feldgleichungen. Jetzt gucken wir uns einen Eintrag an, bei dem Beta gleich ein Index 1, 2, 3 ist, ein Raumindex ist und µ gleich 0 ist. Ich habe nochmal hin kopiert, was allgemein für jedes Beta und µ aus den Feldgleichungen folgt. Jetzt setzen wir Beta gleich einem Raumindex j und µ gleich 0. Da eine 0 für das µ, Beta ist j, eine 0 für das µ, Beta ist j, Beta ist j, eine 0 für das µ und Beta ist j und eine 0 für das µ. H 0 irgendwas ist 0, H 0 irgendwas, hier muss auch 0 stehen. Was jetzt auf der linken Seite übrig bleibt, fasse ich etwas anders zusammen. Hier leite ich nach der Zeit ab und nach der j Raumkoordinate, eine beliebige Reihenfolge, mit einem Minus. Ich schreibe es mal so, dass ich erst nach der Raumkoordinate xj ableite und dann nach der Zeit ableite. Und den Inverse Minkowski nehme ich noch rein, also Eta-Alpha-Gamma mal h-Alpha-Gamma plus dieser. Hier wird nach der Zeit abgeleitet, Eta nehme ich mit rein, steht da Eta-Alpha-Gamma, die Ableitung nach x-Gamma von h-Alpha-j. Hier steht quasi die Spur von h, wir wissen schon, die ist o von h². Damit ist diese Ableitung hier auch o von h². Und von dem Ausdruck, der hier hinten nach der Zeit abgeleitet wird, wissen wir, dass es 0 ist bis zum Zeitpunkt 0, weil die h 0 sind bis zum Zeitpunkt 0. Also lerne ich wieder daraus, das, was hier nach der Zeit abgeleitet worden ist, ist für alle Zeiten von der Ordnung h². Hier habe ich jetzt drei Gleichungen, denn das j ist ein frei wählbarer Raumindex. Wenn ich j gleich 1 wähle, trägt h 0, 1 nichts bei, der ist nämlich 0. h 1, 1, h 2, 1, h 3, 1 sind spannend. Eta liefert nur da einen Beitrag, wo Alpha gleich Gamma ist und dann in unserem Fall also ein minus 1. Hier steht noch eine minus 1 irgendwo davor. Ich leite immer nach der Komponente ab, die hier im Index steht. Also ich leite 1, 1 nach x ab, 2, 1 nach y, 3, 1 nach z. Das ist die klassische Divergenz. Wenn ich das jetzt einfach als Divergenz hinschreibe und damit meine, die x-Koordinate nach x ableiten, plus die y-Koordinate nach y, plus die z-Koordinate nach z, minus, plus, egal, die Divergenz der ersten Spalte von der Matrix h muss o von h² sein. Da steht hier, wenn dort gleich 1 ist, entsprechend bei 2 und 3. Die Divergenz von der zweiten Spalte 1, 2, 2, 2, 3, 2 muss o von h² sein. Und natürlich die dritte Spalte genauso, h, 1, 3, h, 2, 3, h, 3, 3. Die Divergenz muss o von h² sein. Wenn ich das weiß, dass diese drei Divergenzen o von h² sind, dann weiß ich natürlich auch wieder die Gleichung, mit der ich oben gestartet bin. Ich habe also keine Information verloren. Hier habe ich zwischendurch wohlgemerkt noch was eingebaut von der 0,0-Komponente. Anschaulich, wenn die Divergenz eines Vektorfelds 0 ist, oder o von h² ist in diesem Fall, dann hat das Vektorfeld keine Quellen, keine Senken. Die Divergenz sagt etwas zur Quellendichte. Die Spalten und damit die Zeilen, weil die Matrix symmetrisch ist, von h, haben keine Quellen und keine Senken. Bis auf Ordnung von h² natürlich. Daraus basteln wir uns nachher, dass Gravitationswellen transversal sein müssen. Und nun kommen die ganzen raumartigen Einträge. Der Index Beta soll ein Raumindex j sein, also nicht 0 sein. Und der Index Mu soll ein Raumindex k sein, also nicht 0 sein. Dies war aus den Feldgleichungen rausgekommen. Und jetzt setze ich Beta gleich einem Raumindex j und Mu gleich einem Raumindex k. Beta ist j, Mu ist k. Beta ist j, Mu ist k. Beta ist j, Mu ist k. Beim ersten Summanden kommt das vor wie die Divergenz. Dieses Alpha und dieses Gamma, die spielen zusammen. Ich nehme die so und so fehlte Koordinate und leite nach der so und so fehlten Koordinate ab. Hier vorne habe ich also nur einen Beitrag O von h². Beim letzten Summanden passiert das entsprechende. Alpha und Gamma spielen wieder zusammen, wie bei der Divergenz. Eins nach eins ableiten, zwei nach zwei ableiten, drei nach drei ableiten. Ihr wüssten seit eben, das gibt Ordnung von h². Beim dritten Summanden, Alpha, Gamma, Alpha, Gamma, wird was gebildet wie die Spur. Das wissen wir schon länger. Hier steht O von h². Und es bleibt ein einziger Summand übrig. Also ist Eta oben Alpha Gamma mal h, K, J nach Gamma Alpha abgeleitet gleich O von h². Und das wird jetzt gleich die Wellengleichung. Eta Alpha Gamma war auf der Diagonalen 1 durch c², minus 1, minus 1, minus 1 und sonst 0. Ich habe nur Beiträge für Alpha gleich Gamma. Fangen wir mit 0 an. 0, 0. Ich leite zweimal nach der Zeit ab und bekomme einen Faktor 1 durch c² davor. 1 durch c² zweimal nach der Zeit abgeleitet, h, K, J. Und dann haben wir Eta 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, lauter minus 1, also minus eine Summe, irgendein Laufindex. N, I gleich 1 bis 3. Und jetzt wird abgeleitet nach 1 und nach 1. Nach 2, nach 2, nach 3, nach 3. Immer zweimal ableiten, x, I. Und was abgeleitet wird, ist h, K, J. Und das ist die Wellengleichung. 1 durch c², zweite Ableitung nach der Zeit. Minus, Summe über die zweiten Raumableitungen. Egal welches h, K, J, welchen Eintrag von h ich einsetze, es muss immer O von h² rauskommen. Alle Einträge, h, K, J, erfüllen die Wellengleichung. Und zwar mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit c, der Lichtgeschwindigkeit. Aber wie eben natürlich in linearer Näherung. Die Nebenrechnung brauchen wir nicht mehr. Das heißt, die Ausbreitung mit der Lichtgeschwindigkeit ist eingebaut in die allgemeine Relativitätstheorie. Bei Newton kann man sie mit List und Tücke dazu dichten. Bei der newtonschen Schwerkraft. Aber sie ist nicht automatisch drinnen. Hier in der allgemeinen Relativitätstheorie ist sie eingebaut. Und natürlich, wenn die Wellengleichung erfüllt ist, kann ich das Ganze rückwärts verfolgen. Auch hier habe ich keine Informationen verloren aus den Feldgleichungen. Damit kann man zusammenfassen, was denn jetzt alles aus den Feldgleichungen folgt. Oder besser noch, wozu die Äquivalenz sind. Es geht in beide Richtungen. Wir hatten die Volumenerhaltung, Fußnote bis auf Terme 2. Ordnung. Wir hatten, dass es keine Quellen oder Senken gibt in den Spalten und in den Zeilen von h bis auf 2. Ordnung. Und wir hatten die Wellengleichung mit der Lichtgeschwindigkeit in linearer Näherung. Es gibt noch eine interessante Folge aus dieser Eigenschaft, dass die Spalten und Zeilen als Vektorfelder keine Quellen und Senken haben. Nämlich, dass Gravitationswellen transversal sein müssen. Gucken wir uns das mal an. Longitudinale Wellen im Vergleich mit transversalen Wellen. Wenn ich eine Ausbreitungsrichtung vorgebe für beide und mir longitudinale Wellen angucke, wären die, wie der Name sagt, längs der Ausbreitungsrichtung. Hinher, hinher, längs der Ausbreitungsrichtung. Transversale sind senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Und jetzt guckt man einmal scharf hin, was hier bei den longitudinalen Wellen passiert. Dann sieht man, oh, oh, hier gibt es eine Senke. Von links und rechts fließt was rein. Hier gibt es eine Quelle. Es fließt nach links und rechts was raus. Das kann bei Gravitationswellen nicht sein. Es müssen transversale Wellen sein. Das ist auch noch ein Unterschied zu Newton. Wenn man bei Newton überhaupt die Lichtgeschwindigkeit reinbaut, damit Gravitationswellen erlaubt, dann hat man longitudinale Wellen. Es gibt bei Newton keinen Grund, dass die quer schwingen. Aber in der allgemeinen Relativitätstheorie haben wir transversale Wellen. Wenn ich hier Wellen aufzeichne, muss ich etwas vorsichtig sein, weil ich am Anfang ja vorausgesetzt habe, dass zunächst nichts Böses passieren soll in unserem Raumzeitgebiet. Ich schreibe mal dick Vorsicht. Wir haben vorausgesetzt, dass h gleich 0 ist für Zeiten bis 0. Also kann ich nicht diese Situation haben, dass ich unendlich ausgedehnte Wellen habe, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Dann hätte ich ja Krümmung auch für negative Zeiten. Bei mir muss das so aussehen, dass ich Wellenpakete habe, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Erst habe ich einen stillruhenden See in meinem Raumzeitgebiet, keine Krümmung, und dann kommt so ein Wellenpaket an. Und das ist ja genau das, was man auch beobachtet bei LIGO. Keine dauerhaften Schwingungen, sondern punktuelle Störungen. Natürlich lassen sich solche dauerhaften Schwingungen auch beschreiben, aber dann muss ich mit meinen Koordinaten vorsichtiger sein. Und man kann sich noch die Schwingungsformen ansehen. Welche Muster entstehen denn dann? Ich habe in der Matrix H nur sechs Zahlen pro Raumzeitpunkt. In der ersten Spalte steht 0, in der ersten Zeile steht 0. Wenn ich die Diagonale XYZ festgelegt habe, wenn ich diese drei oberhalb der Diagonalen festgelegt habe, dann sind die drei unterhalb der Diagonalen geschenkt, wegen der Symmetrie. Wenn ich diese sechs Zahlen festgelegt habe, an jedem Raumzeitpunkt, dann habe ich H bestimmt. Es sind also sechs Einträge gesucht. Wir haben eine Bedingung fürs Volumen, das soll sich nämlich nicht ändern, in linearer Näherung. Und wir haben drei Bedingungen aus der Divergenz. Bleiben zwei frei wählbare Einträge. Was jetzt ein bisschen händewittelt gerechnet ist. Das müsste man ordentlich mal mit Gleichungen aufschreiben, und das dauert eine Viertelstunde. Es sind zwei Einträge frei. Wenn man so will, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Polarisationen, die man beliebig überlagern kann. Typischerweise nimmt man diese beiden, und ich jetzt versuche aufzuzeichnen, und weiß dann, dass man die beliebig mischen kann, um Ebenewellen zu erzeugen, mit gegebener Ausbreitungsrichtung. Ich gucke mir eine Ebenewelle an, die mir hier so schräg entgegenkommt. Dieser Pfeil nach rechts vorne unten soll die Ausbreitungsrichtung sein. Und was ich hier einzeichne, möchte ich verstehen als senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Erstmal ist mein Raster an Uhren ungestört. Dann könnte es etwas zu den Seiten auseinander gehen, aber gleichzeitig muss es dann in der Höhe zusammen gehen, denn das Volumen muss ja erhalten bleiben. So könnte das im nächsten Schritt aussehen. Und dann ist es wieder in ganz normaler Position. Alles an der Ordnungsstelle. Und dann ist das Spiel andersrum. Es wird höher, aber dafür schmaler. Und dann ist er wieder in der Ausgangsposition. So könnte mein Gitter an Uhren schwingen. Senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Damit habe ich Transversalität. Wenn es breit wird, wird es flach. Wenn es hoch wird, wird es schmal. Damit habe ich die Volumenbedingung erfüllt. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der dieses Muster jetzt durchläuft durch den Raum, muss die Lichtgeschwindigkeit sein. Das wird funktionieren. Das wäre eine Art von Gravitationsfällen. Ich kann noch eine andere Art beliebig damit mischen. Die zweite übliche Polarisation, die man hinschreibt, ist die, bei der dieses Gitter schräg gezogen und gestaucht wird. Ich fange wieder mit der Grundstellung des Gitters an. Ich zeichne mal den mittleren zuerst, weil jetzt wird es schwieriger. Die Achse von links oben nach rechts unten möchte ich länger machen. Also der Punkt links oben wandert dahin, der Punkt rechts unten wandert dahin. Die Achse von links unten nach rechts oben möchte ich kürzer machen. Volumenbedingung. Das Volumen soll sich nicht ändern. Das heißt, dieser Punkt wandert so und der wandert so. Und der Rest muss sich jetzt nicht einfügen. So könnte es aussehen. Also mein Gitter wird quer auseinandergezogen in die eine Richtung und gestaucht in die andere Richtung. Danach geht es wieder in die Ruhrposition zurück. Und nun ist das Spiel mit vertauschten Rollen. Ich zeichne erst für den Zentralen ein. Die Achse von links unten nach rechts oben soll gedehnt werden. In dieser Form. Und die Achse von links oben nach rechts unten soll gestaucht werden. Und dann ergibt sich der Rest von selbst. Das Volumen soll gleich bleiben. Und danach gehen wir wieder in die Ausgangsposition. Das wäre eine zweite Art von Polarisation, von Gravitationsfällen. Die beiden darf man nach Herzenslust mischen. Fünfmal das eine, siebenmal das andere. Und dabei entstehen dann noch diverse andere lustige Bewegungen, wenn man die mischt. Mit dem richtigen Phasenversatz vielleicht sogar noch. Hier sind sie jetzt phasengleich. Die können ja auch noch eine Phasenverschiebung haben gegeneinander. Und ich kann sowieso noch verschiedene Wellenlängen mischen. Sehr viele Möglichkeiten, sehr komplizierte Schwingungen zu erzeugen. Abschließend noch einmal zum Verständnis. Die Uhren spüren keine Kräfte. Hier sieht das so aus, als ob sich die Uhren bewegen, beschleunigt werden. Dann müssen Sie doch was von merken. Nein, die Uhren sind freifallende, freischwebende Testpartikel. Die spüren keine Kräfte. Wenn man aber diese Gitterkonstruktion befestigen würde, wenn ich richtig ein Stahlgerüst daraus mache, wenn ich hier Streben einziehe, dann spüren die Uhren Kräfte. Die möchten ja woanders hin. Die möchten dem Raum folgen, sollte ich sich als Herber sogar sagen. Das können sie nicht mehr, wenn hier Stahlstreben sind. Also, wenn man Streben anbringen würde, dann würden die Uhren tatsächlich Kräfte spüren. Natürlich winzige, superwinzige Kräfte. Es ist die Frage, ob man die messen kann. Ich finde es besser, sich vorzustellen, dass sich nicht die Uhren bewegen, sondern dass der Raum atmet. Die Uhren sind da und bleiben da, wo sie sind, aber der Raum dazwischen, der wird größer oder kleiner. In diesem Koordinatensystem ist es nur der Raum. In anderen Koordinatensystemen wird man die komplette Raumzeit betrachten. müssen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.